Seit 2012 gibt es diese wunderbare Einrichtung des Tafelbaums. Da können Alleinstehende und Ehepaare bei der Tafelausgabe einen Wunschzettel mitnehmen, hängen den dann an den Weihnachtsbaum und Menschen oder Betriebe, die sie diesen Wunsch erfüllen wollen, nehmen den Zettel mit und sorgen dann dafür, dass denjenigen eine kleine Überraschung zu Weihnachten gemacht wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017